Es wird ganz lang rumgeschnackt. Einfach öffnen. Gold. Zwei davon. Drei davon. Das wird ein Legendary. Oh mein Gott, das ist ein Legendary. What? Kampferlz Level Zwei. Cool. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Boah, das dauert so lange. Vielleicht mach weiter. Ciao, bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Und ich finde ja eigentlich dann doch schon sehr cool aus. So mit den zwei Sachen da oben. So, zuerst... Lange, lange kann man eigentlich immer gebrauchen. Pfff. Ja. Ansonsten jetzt noch die Grotruhe. Komm, wir lachen jetzt nochmal richtig rein. Und... Nein, es sieht schlecht aus. Nein, das wird nichts. Aber die seltene ist... Oh, Wolkenrein. Oh. Geil. Und... Ciao.